In dem heutigen Video sage ich dir, wann die Fortnite Kapitel 2 Season 3 starten wird und werde dir außerdem noch sagen, was wir alles Neues erhalten werden. Daher bleibe heute auf jeden Fall bis zum Ende dran und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich verlose jetzt über eine Woche lang 1000 V-Bucks. Der Gewinner wird dann in einer Woche bekannt gegeben. Wie kannst du teilnehmen? Ganz einfach. Ich habe einen neuen Partner G2A. Und wenn du in den nächsten 7 Tagen etwas bei G2A.com kaufst, die Bestellbestätigung, fotografierst und mir ein Bild auf Instagram auf dem Account bei Reapers schickst, nimmst du an dem Gewinnspiel teil. Auf G2A gibt es günstige PSN Karten, Game Keys, Xbox Karten und mehr. Also wenn ihr Fortnite quasi über Playstation spielt und euch eine 50 Euro PSN Karte kauft, dann zahlt ihr eben nur 40 Euro und spart automatisch 10 Euro. Also bekommt ihr die V-Bucks sozusagen 10 Euro günstiger. Link ist in der Videobeschreibung zu G2A. Nun viel Spaß mit dem Video. Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen, freshen Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. Freunde, die Fortnite Kapitel 2 Season 3 steht kurz vor der Tür. Ich persönlich bin mega gehypt. Ich freue mich mega auf die neue Fortnite-Season, da die bisherige Season halt eben nicht so spannend war. Ich denke mal, ihr seid auch mega gehypt auf die neue Fortnite-Season. Falls ja, schreibt mir mal gerne Hashtag Hype in die Kommentare. Und ich werde euch halt eben in dem heutigen Video sagen, wann genau denn die Fortnite-Season 3 jetzt endlich starten wird. Denn viele haben mich danach einfach in den Livestreams und auch in den Kommentaren gefragt, ob ich da nicht mal ein Video drüber machen kann. Denn viele wissen das richtige Datum des neuen Startes der Fortnite-Season 3 tatsächlich nicht. Daher gibt es heute das genaue Datum des Starts der Fortnite-Season 3 hier in diesem Video. Nebenbei gibt es da auch noch ein paar weitere Informationen. Und zwar werde ich euch natürlich auch noch sagen, was wir alles Neues so erhalten werden in der neuen Fortnite-Season. Aber bevor wir jetzt starten, wie in jedem Video, verschenke ich immer noch täglich einen Fortnite-Skin aus dem jeweiligen Fortnite-Shop. Also falls du von mir noch keinen Fortnite-Skin geschenkt bekommen hast, lass dir jetzt einfach auf diesem Video hier einen Like da. Abonniere kostenlos meinen Kanal und schreibe mir Hashtag Skin mit deinem Epic Games Namen in die Kommentare. Wenn du das getan hast, kann es schon sein, dass ich dich in Fortnite adden werde und dir einen Fortnite-Skin schenken werde. Also macht das auf jeden Fall und nun würde ich sagen, starten wir mit der Fortnite-Kapitel 2-Season 3. Normalerweise sollte die neue Fortnite-Season schon gestartet sein. Allerdings hat Epic Games wie irgendwie momentan bei jeder Fortnite-Season den Start verschoben und zwar eben auf den Juni. Auf welches Datum genau, werde ich gleich sagen. Also bleibt auf jeden Fall dran, ja. Da wisst ihr nämlich das genaue Datum vor allen anderen, Freunde. Irgendwie kommt es in letzter Zeit wirklich super oft vor, dass Epic Games die ganzen Fortnite-Seasons immer weiter nach hinten schiebt. Finde ich persönlich richtig, richtig schade. Natürlich erhalten wir dadurch meistens Verlängerungsherausforderungen, wo wir noch kostenlose Belohnungen bekommen. Aber trotzdem finde ich das irgendwie im Großen und Ganzen sehr schade. Natürlich kann die Verschiebung der Fortnite-Season 3 auch mit dem Corona zusammenhängen, mit dem neuen Virus, der natürlich irgendwie so die ganze Welt ein bisschen durcheinander gebracht hat. Ja, viele konnten nicht arbeiten. Da könnten natürlich auch ein paar Epic Games Mitarbeiter dabei sein, dass eben die Fortnite-Season 3 nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. Nun kann ich euch aber ein bisschen beruhigen und zwar mit einem der letzten Updates wurden ja eben Testspiel-Server in Fortnite gefunden. Bedeutet also, Epic Games testet gerade die Fortnite-Season 3 auf diesen Testservern. Und wenn da halt eben alles glatt läuft, also keine Fehler gefunden werden, beziehungsweise keine großen Fehler, dann startet die Fortnite-Season wirklich auch Anfang Juli. Ja, wie gesagt, das genaue Datum werde ich gleich sagen. Und dann würde es keine weitere Verschiebung von Seiten des Epic Games geben. Würde ich auch richtig blöd finden, denn ich kann die derzeitige Fortnite-Season 2 einfach nicht mehr sehen, Freunde. Naja, auf jeden Fall, wann startet denn nun die Fortnite-Season 3? Und zwar ist es mittlerweile auch kein großes Geheimnis mehr. Die neue Fortnite-Kapitel 2-Season 3 startet am 4. Juni. Am 4. Juni wird es soweit sein, wir erhalten die neue Fortnite-Season. Ich freue mich einfach nur riesig drauf. Ich werde natürlich das Ganze auch livestreamen. Am 4. Juni wird es dann wahrscheinlich eben auch so sein, wie bei jedem Update, dass um 10 Uhr zur deutschen Zeit die Server offline gehen werden. Und Epic Games dann eben das neue Season 3 Update auf die Server spielen wird. Und dann eben so nach 2 bis 3 Stunden die Server wieder online gehen. Dann können wir ins Spiel rein, können uns den neuen Battle Pass kaufen. Da sind wir schon bei der ersten neuen Sache. Es wird natürlich einen neuen Battle Pass geben. Dieser wird natürlich wieder für 950 V-Bucks oder 2800 V-Bucks erhältlich sein. Bei der 950 V-Bucks Variante habt ihr natürlich nur Stufe 1. Und bei der 2800 V-Bucks Variante umgerechnet 25 Euro, habt ihr eben halt direkt schon 25 Stufen von 100. Bedeutet, der Weg zur Stufe 100 ist halt eben nicht mehr so weit. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber wenn ihr viel spielt, dann kann ich euch auch natürlich den für 950 V-Bucks empfehlen. Generell kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr viel Fortnite spielt, holt euch auf jeden Fall immer den Battle Pass. Denn ich meine, da sind so viele Skins drin und so viele coole, kostenlose Sachen sozusagen eigentlich. Ja, das lohnt sich schon wirklich für den Preis. Also holt euch auf jeden Fall immer den Battle Pass. Denkt auf jeden Fall auch sehr gerne daran, ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr den Battle Pass kauft. Zur neuen Fortnite Season. Mit meinem Creator Code. Bei Reaper Y.T. Ich würde mich super, super doll darüber freuen, wenn ihr diesen Code in eurem Fortnite Shop eintragt. Ja, dann unterstützt ihr auch meine Gewinnspiele mit dem Skins verschenken. Würde ich mich wirklich darüber freuen. Also, ja, einfach jetzt an der Stelle mal den Code eintragen in euren Fortnite Shop. Und dann natürlich auch nochmal zur neuen Fortnite Season, da der Code eben alle 14 Tage entfernt wird. Neben dem neuen Battle Pass erhalten wir in der neuen Fortnite Season 3 natürlich auch eine neue Fortnite Map, beziehungsweise neue Map Veränderungen. Die Fortnite Map Veränderungen werden sich sehr wahrscheinlich an das Thema, genauso wie der Battle Pass, auch anpassen. Und das Thema soll ja eben in der neuen Fortnite Season Wasser sein. Also bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher, dass wir eine, ja, ich würde sagen, wasserige Map erhalten werden. Eine Map, die viel Wasser haben wird, wo wir eventuell auch viel tauchen müssen und so. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Ich hatte ja schon über die Fortnite Season 3 Map ein Video gemacht. Zieht euch das natürlich auf jeden Fall sehr gerne rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Und deshalb wird natürlich auch der Battle Pass mit irgendwelchen Wasserskins befüllt sein. Ob es jetzt Fischskins sein werden oder Neptun bei Stufe 100 oder so, müssen wir uns gedulden, werden wir erst dann sehen, wenn dann die neue Fortnite Season da ist. Aber so in etwa wird es auf jeden Fall ablaufen und es wird natürlich auch noch super, super viele neue Skins im Fortnite Shop geben, in der neuen Fortnite Season. Das ist natürlich klar und das sind soweit wirklich die grundlegenden Sachen, die wir wissen über die Fortnite Season 3. Natürlich erhalten wir auch noch das sogenannte Shark Mobile neu und zwar diese da High, wo man irgendwie drauf fahren kann. Weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich mir das vorstellen soll, das ist auch noch eine Sache, die neu reinkommen wird, das ist ein neues Fahrzeug. Aber das sind jetzt wirklich alle Sachen, die wir über die neue Fortnite Season 3 wissen. Beziehungsweise die Sachen, die halt wirklich neu reinkommen. Ja, ansonsten wird halt auch jetzt erstmal, denke ich, nicht viel Neues kommen. Vielleicht taucht mit den nächsten Updates noch irgendwas auf, ein paar Leaks oder so, wäre natürlich richtig cool. Dann gibt es hier auf diesem Kanal nochmal ein Video für euch. Aber ansonsten war es das jetzt auch schon mit diesem Video, Freunde. Wie gesagt, falls ihr noch kein Fortnite Skin von mir geschenkt bekommen habt, lasst jetzt einfach noch ein Like da auf dem Video. Abonniert kostenlos diesen Kanal und schreibt Hashtag Skin mit eurem Epic Games Namen in die Kommentare. Ich wünsche euch an der Stelle ganz viel Glück und eventuell bist du ja schon der nächste glückliche Gewinner und bekommst von mir einen Fortnite Skin Geschenk. Trag natürlich auch gerne meinen Credits Code ein, bei FreePistBs.de. Nun sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Tschüss, tschau, tschau.